so leute da sind wir wieder und wir spielen wieder mit son gohan zu dem haus also in unserem haus und wir sollen jetzt für chichi ein rezept holen aus dem kellen kellen dorf ja das waren zeiten ist ein naturtalent daran erinnert mich noch sie hat ja auch fähigkeiten das vergisst man leicht also ich weiß nicht ob sie überhaupt gekämpft hat im anime also im dragon ball z ich glaube in gt hat sie gekämpft also dragon ball gt aber ich erinnere mich nur in vage und dann gehen wir erstmal ins dorf ist ja nicht so weit glaube ich also auf jeden fall sehe ich da die markierung so was wollen die denn jetzt wollen die kämpfen wo sind die hier hier ist finischen da haben wir uns das war sehr leicht du musst das sehr leicht gemacht ne die red ribbon die ich wollte das sagen warte mal wo gehe ich wenn ich eng ja was wollen die muss von mir so dann gehen wir ins tal rein ist mal ents da sind wir schon du bist ein freund von mama oder ach und wer bist du oh hallo ich bin so ich bin sohn ach du bist die kleine junge deine mutter hat mit zahllosen malen geholfen weißt du immer wenn ich gerade wieder von wölfen oder wer weiß was angefangen werde redet sie mich vielleicht werden sie ja vom duft der frischen zutat angelockt die ich kaufe das macht das einkaufen ist zu einer besondere besondere herausforderung das sage ich dir haha ja das klingt hart dafür gibt mir brauchst du was ja stimmt ich glaube du hast meiner mama neulich ein rezept gegeben aber sie hat es verloren könntest du uns noch mal sagen was es war wenn es keine umstände macht ach das rezept na klar für das was deine mutter alles für mich getan hat schuldig ihr etwas hier ich schreibe es für dich auf bitteschön fleischgang rezept vielen dank hier das kannst du auch haben ok danke wozu daten auch ich komme mir ganz schlecht vor so viel anzunehmen ach bitte nimm es einfach ich habe sowieso viel zu viel angekauft ok danke grüßt deine mutter von mir also wenn ich das sagen würde mir das schlecht rüber kommen mit meiner stimme so aber ja grüßt seine mutter von mir und sagt ihr dass ich irgendwann bestimmt wieder ihre hilfe brauchen brauchen werde ich meine hoffentlich werde ich nicht so oft angegriffen haha diese frau ist echt komisch auf jeden fall so das sammeln schon mal kurz hier obi und let's go wer ist diese schweinchen mama ich hoffe es will das nicht so dann gehen wir zurück aber sagen wir noch mal was ja die straße ne mal gucken wie was hier so abgeht das spiel kann man glaub ich auch autos fahren ich weiß nicht ich glaube es zu wissen aber vielleicht irre ich mich ach wieder noobs ja 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 die diese brauche ich wollte ja auch ein leben kaufen Da ich schon mal eine Stopp vorbei gegrasst bin, gehe ich mal da hin kurz. Bist du hier, oder? Ja. Da ist dieser Red Ribbon Turm. Machen wir alles später. Wollen sich ja erstmal auf die Misuren konzentrieren, auf die Story. Wer weiß. Vielleicht machen wir das hier noch. Sto. Orange Sword. Wo kann ich denn was kaufen? Hier. Was ist das? So, dann gehen wir hier. Da ist er. Market, was verkaufst du so, Kollege? Ich brauche die Vita-Drinks, ja genau. Ich hole mal einfach mal... Okay, das wollte ich nicht machen. Das hier. Warum? Ich koch mal 30, weil ich immer Probleme damit habe. Z-Währung. Wie kriegen wir das? Ich weiß es nicht. Egal. So. Was gibt's denn hier? Ein Kirchkochen? Ne, wollen wir nicht. Bei denen gibt's so Teile. Komm, guck mal. Wollen wir auch mal. Kaufen. Beiß mich, Krabbe. Wie sind... Ja, okay. Brauchen wir, glaub ich nicht. Erstmals. So. Jetzt gehen wir zurück. So, wir gehen zurück. Jetzt haus. Ich hab's... Ich hab's... immerhin dabei unsere... Kugeln. Ach, das... Kriegen macht echt Spaß, will ich euch sagen. Es ist ja anders als die anderen Spiele jetzt. Ähm, keine Ahnung. Ähm... Cineverse oder... Fighters auf jeden Fall. Fighters ist ja wie Technik gewesen. Ich hab's... Ich hab's nicht gespielt, ich hab's nur halt... Ähm... Was passiert? Also ich hab den einen gegeben. Ja, praktisch. Ähm... Cine... Fighters habe ich... Ähm... Wo hab ich das nochmal gezeugt? Gamescom. Gamescom habe ich das mal angezockt. Das ist ja wie... Also meine persönliche Meinung so wie Technik mäßig. Das war... Das war halt für mich nicht so... Spannend. Auf das habe ich mich auch direkt gefreut gehabt. Na so lange Zeit. Naja, wir gehen jetzt gleich weiter. Erstmal... Geben wir das mal ab. Guter Junge, dann... Mach ich mal direkt... Äh... Mach ich mich mal direkt an die Arbeit. Ein komplettes Mini war das doch. Ja, ein Fleischgang. Komm koch! Oh... Das sieht doch... Lecker aus hier, ne? Da kriege ich Hunger. Oh shit. Das ist... Links... Curry? War das Curry? Was war das? Mögt ihr eigentlich so japanische Küche? Also... Ich persönlich... nicht. Also... Ich hab... Du hast ja... ganz schön reingehauen. Jetzt fühlst du dich bestimmt besser, oder? Ja, das war toll, Mama. Danke. Ähm... Was hab ich nochmal gefragt? Na ja, später. Ja... boah auf lerner hat man doch kein bocker oder so dann gehen wir dahin da machen wir das ja so es schon ganz schön kurien kurie was ist los ich weiß du willst ich nach dem kampf entspannt aber wer weiß wann wir wieder kommt deshalb wollte ich dich dann ja mit deinem training weiter zu machen okay du hast dich bei dem kampf gut geschlagen wenn du dir beim training mir gibt es kannst du es mit noch stärkeren typen aufnehmen danke kurie ich werde mir auf jeden fall zeit fürs training nehmen gut ich werde mir auch mir geben bis später ein neues menü wurde ok so dann gucken wir mal was für eine böse macht das ist oder wie böse so noch mal zur japanischen küche also ich mag es nicht so sehr ohne giri geht noch so klar aber würde ich trotzdem nicht essen ist kein muss da sind sie wieder die pflanzen männer normal bürger a normal bürger c b meine ich was jetzt sie ja wir sind normal bürger das würde mich jetzt interessieren ich bin okay, bitte zuerst! ich bin okay, bitte zuerst! ja 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 3 auf einmal 1 auf einmal Achtung 2 auf einmal 1 auf einmal Ja, das war's. Ich hab auch schon. Ich hab auch schon. Oh, was ist das? Ich hab auch schon mal gesehen. es so muss es laufen wie es scheint treiben sich bösartige wesen auf der erde herum schwer zu sagen welche schrecken sie für sagen denn wenn du sie gewähren lässt falls solch einer kreatur mal gegenüberstehen schalte sie sofort aus die erde verlässt sich auf mich ja wissen wir zum kami haus weltkarte geilo heilige quittenwald meister quitte ja das wird noch alles kommen aber erst mal hier dann gehen wir mal zum guten roshi ja 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 Ja. 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 Jaja. Jaja. It's a help. And the Frenchman is a great girl with a lot of the only pink color, but it has a lot of pressure on the top of the tank top. That's why I'm wearing a short time, isn't it? I can't remember that. Okay, Weltkarte und dann Westlische, ja Westlische auch vielleicht. Wieso, wo ist sie denn? Oh, schon ein bisschen weiter weg. Dann sammeln wir auch noch das hier. Ach ja, wie gesagt, Fighters, Dregobor Fighters hat mir jetzt nicht so gefallen. Ich weiß ja wie Tekken war. Sinobest 2 auch nicht, also auch Sinobest nicht so. Ich weiß nicht, also Davor, was war Davor? Ultimate Tanker Ichi, glaube ich. Das ging ja noch, also mir persönlich hat es gefallen. Es ist ja auch noch nicht so. Ich weiß nicht, wie gesagt, was ich jetzt noch nicht so gefallen. Aber ich weiß nicht, wie gesagt, was ich so gefallen haben. Aber... Oh no. Oh no. Oh no. Oh! Da, du, Kulier! Das ist auch gleich, was du? Ja, ich bin! Oh! Ja, du, Kulier! Ja, du, Kulier! Das ist auch gleich, was du? Das ist auch gleich, was du? Ja! 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 Oh, du oder? Ja, du, Kulier! Ja, du, Kulier! Ja, du, Kulier! Sieht euch mal. Sieht euch das bei mir zu mir. Kulier! Ja, du, Kulier! Ja, du, Kulier. Ja, du, Kulier! Ja, du, Kulier! Das ist auch dich! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh. 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 Aber ich habe mich auf einen Weg gebracht. Hä? Du bist von Rundchen. Hä? 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 Masa- Oh, das ist mein Mann. Hä? 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 ja hat ja jeder mal so eine krankheit ja danke aber das wissen wir ja also die leute die ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin Ich dachte, dass ich hier bin. Ich habe mich驚, dass ich hier bin. Ja, das stimmt. Ich bin auch, wenn ich mich darauf achte, dass ich mich nicht verstehe, weil ich nicht weiß, dass ich hier bin. Aber ich bin hier zurückgekommen. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ich habe mich noch einiger Arbeit gemacht. Ja, das stimmt. Wenn ich mich auf jeden Fall habe, kannst du essen? Ich habe mich schon lange auf die Hände gefahren. Ja, das stimmt. Ich würde gerne mit uns essen. Seelenabzeichen, hm? Okay, gucken wir mal. Seelenabzeichen. So ein Kuchen hat ganz größtes Mal geschmeckt. Ja. Dankeschön. Du hast jetzt Kuri zu deinem... Wir haben Krillin jetzt in so einer Kuppe. Okay, jetzt kannst du auch einfach... Okay, okay, Kayo. Dann machen wir das mal. Wir haben ihn schon. Oder? Achso, hier. Super. Super. Warte mal. Ich wollte auch mal hier das Community machen. Hier. Wo kamen die hin? Hier. Mal gucken, was für ein Dings ihr habt. Ja, das ginge. Das würde gehen. Ja. 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 Es ist bei was. Wie bringt der denn beim Mut'n Orchi? Lass mich mal sehen. Ah, Bewohner. Da brauchen wir, glaube ich, die Schildkulte. So. Also. Erstmal nicht. Geil. Passt zu ihm. So. Weiter geht's. Ich soll mit Chi-Chi sprechen, Krillin. Weltkarte und dann dahin momentane Teleportation und so. Warte mal. Wie bringt die Schildkarte. Wie bringt die Schildkarte, die Schildkarte aus, in der Aufliegenheit und Ausstattung. Untertitelung. BR 2018